Ja, worum soll es heute gehen? Als Thema haben wir die größten Rechtsfehler beim Betrieb eines Online-Shops ausgesucht, weil wir doch festgestellt haben, wenn wir bei Mandanten den Online-Shop auf seine gesetzlichen Anforderungen hin überprüfen, dass bestimmte Fehler immer wieder auftauchen. Und das sind häufig Fehler, die man als Basics bezeichnen kann, die man auch relativ einfach vermeiden kann. Ich will Ihnen da einfach so ein bisschen Überblick geben, Sie für bestimmte Themen auch ein bisschen sensibilisieren. Im besten Fall gehen Sie aus meinem Webinar raus und sagen, super, machen wir eh alles schon so, aber vielleicht nehmen Sie ja doch das ein oder andere Thema nochmal mit und können da ein bisschen dran arbeiten. Worum soll es in den nächsten 45 Minuten gehen? Ich habe Ihnen hier mal eine kleine Übersicht quasi an die Wand oder auf Ihren Bildschirm geworfen. Ich will einmal kurz über den Sinn und Unsinn von Impressum und Disclaimer sprechen. Ein paar Dinge sagen zu Preisangaben und Versandkosten, wollen uns kurz beschäftigen mit Produktbeschreibung und Produktabbildung im Online-Shop. Ein paar Dinge zu Lieferzeitangaben sagen, ein paar Stolperfallen aufzeigen, was allgemeine Geschäftsbedingungen und den Widerruf oder die Widerrufserklärung angeht. Ein paar Fallstricke, die sich bei der Datenschutzerklärung ergeben. Ein paar kurze Worte bzw. Beispiele zum E-Mail-Marketing. Auch auf die irreführende Werbung wollen wir kurz eingehen und zum Ende uns dann nochmal mit dem Checkout, mit der Bestellübersicht in Ihrem Online-Shop beschäftigen. Ja, kommen wir gleich zum ersten Thema, Impressum und Disclaimer. Das erste sollten Sie haben, das zweite eher nicht. Warum, dazu komme ich gleich, vielleicht erst mal zum Impressum. Das wissen Sie alle, ja, also wenn Sie eine Website nicht privat betreiben, dann brauchen Sie ein Impressum. Und das muss die Pflichtangaben erfüllen, die sich aus § 5 Telemediengesetz ergeben. Hintergrund ist, dass der Nutzer einfach wissen soll, mit wem er es da zu tun hat und gegen wen er gegebenenfalls Ansprüche gelten machen kann. Die Pflichtangaben an sich sollten eigentlich klar sein. Trotzdem erlauben Sie mir kurz den Hinweis Name und Anschrift. Anschrift heißt da immer ladungsfähige Adresse. Ja, also geben Sie da nicht nur ein Postfach an, wenn Sie juristische Personen sind, Rechtsformen und Vertretungsberechtigte. Nachfragen haben wir häufiger und das ist auch gar nicht so überraschend, weil es ja auch ein relativ aktuelles Urteil zu gibt, zu E-Mail-Adresse und das ist eine weitere Kontaktmöglichkeit. Also was kann denn eine weitere Kontaktmöglichkeit sein? Das kann durchaus eine Telefonnummer sein. Verzichten Sie da aber bitte auf die Angabe einer Mehrwertnummer. Es gibt eine aktuelle BGH-Entscheidung, wo der BGH eindeutig festgehalten hat, dass eine Mehrwertnummer kein effizienter Kommunikationsweg ist, weil der Verbraucher einfach im Zweifel diese Nummer aufgrund der Kostenfähigkeit nicht wählen wird. Nun ist es ja auch so, auch das haben wir gelegentlich, dass Mandanten sagen, Sie möchten von Ihren Kunden gar nicht dauernd angerufen werden. Vielleicht auch, oder zum Beispiel, damit nicht der Widerruf übers Telefon erklärt wird, das müssen Sie auch nicht. Also die Telefonnummer muss auch nicht ins Impressum, seien Sie sich dann nur darüber bewusst, dass im Rahmen der allgemeinen Informationspflichten, die Sie haben, die Telefonnummer schon angegeben werden muss. Das können Sie, wenn Sie es nicht ins Impressum nehmen wollen, aber auch ansonstiger, ich sage jetzt mal, nicht ganz so prominenter Stelle machen. Ansonsten denke ich, ist klar, Umsatzsteuer, Wirtschaftsidentifikationsnummer, nicht verwechseln mit der Steuernummer, das passiert immer nochmal wieder und die sonstigen Angaben nur, soweit es auf Sie zutrifft. Sie können natürlich auch weitere Informationen in Ihrem Impressum aufnehmen, solange das übersichtlich gestaltet ist. Ja, also die Pflichtangaben müssen einfach immer eindeutig erkennbar sein. Zu der Form, auch das wissen Sie, gestalten Sie das Impressum so, dass es eindeutig erkennbar ist. Ja, also entweder mit Impressum oder Kontakt überschreiben und halten Sie es so vor, dass der Nutzer das mit maximal zwei Klicks erreichen kann. Auf eine Sache möchte ich Sie noch hinweisen, das ist der Link zur Online-Streitlegungsplattform. Alle in der EU niedergelassenen Unternehmer, also wenn Sie Online-Kaufverträge oder Dienstleistungsverträge eingehen oder einen Marktplatz betreiben, dann müssen Sie seit Januar 2016 den hier abgebildeten Link auf Ihrer Website bereithalten. Der führt zu einer Online-Plattform, der eine alternative Streitbeilegung zwischen Verbrauchern und Händlern ermöglichen soll. Also eine außergerichtliche Lösung für Streitigkeiten. Wenn Sie da draufklicken, dann kommen Sie zu einer Eingabemaske. Da kann der Verbraucher den Sachverhalt online eingeben und erhält anschließend hoffentlich möglichst zeitnah dann einen Schlichtungsvorschlag. Diesen Link müssen Sie nicht zwingend im Impressum bereithalten. Also die Vorgabe ist, dass der Link für den Verbraucher leicht zugänglich sein muss. Wir halten es für empfehlenswert. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, den Link in den Footer zu integrieren oder als eigenen Reiter, aber der Verbraucher sollte nicht lange suchen müssen, um den zu finden. Falls Sie das noch nicht haben, dann ergänzen Sie das bitte unbedingt auf Ihrer Website. Ich habe Ihnen hier als Beispiel mal unser Impressum dargestellt, wo die Pflichtangaben enthalten sind. So kann es also aussehen, sind da natürlich aber in Ihrer Gestaltung frei, solange das übersichtlich ist. Und die zwei größten Fehler, die man da, denke ich, machen kann, sind einfach, dass man nicht genug Sorgfalt auf den Inhalt verwendet oder den Link zum Impressum schlecht auffindbar hat. Seien Sie da auch nicht zu, ich sage mal, sorglos. Also abgesehen von einer Abmahnung, die Ihnen von Ihrer Konkurrenz drohen kann, ist es auch als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Und das kann durchaus mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geschehen. Ich habe es eben schon gesagt, ich bin kein großer Fan von Disclaimern. Warum ist das so? Im besten Fall sind die Dinger wirkungslos und im schlechtesten kommen sie zurück wie ein Boomerang. Ja, also warum sind die wirkungslos? In der Regel werden Sie versuchen, über den Disclaimer einen Haftungsausschluss oder eine Nutzungsbedingung für Ihre Website zu integrieren. Solche Sachen sind nur wirksam, wenn Sie die vereinbaren können. Die können Sie nicht wirksam einseitig vorgehen. Das heißt, im besten Falle eben entfalten Sie einfach keine Wirkung, weil Sie zwischen den Parteien nicht vereinbart werden. Im schlechtesten Fall haben Sie tatsächlich auch noch einen Schaden davon. Ich habe Ihnen hier mal fünf typische Negativbeispiele aufgezählt, die uns doch überraschenderweise immer und immer wieder begegnen. Der erste, wenn Sie auf Ihrer Website erklären, dass Sie die Inhalte, auf die Sie verlinken, sorgfältig prüfen und keine Rechtsverstöße erkennen konnten, dann schaffen Sie ohne Not eine Prüfungspflicht. Also dann müssen Sie tatsächlich auch prüfen und vor allem aber haften Sie dann, wenn Sie die Links gegebenenfalls trotzdem gesetzt haben. Das halte ich für sehr, sehr schwierig und vor allem ist es einfach unnötig. Diese Sorgfaltspflicht oder Prüfungspflicht besteht per Gesetz nicht. Normalerweise haben Sie eine entsprechende Pflicht, Inhalte, auf die Sie verlinken, erst zu prüfen, wenn Sie einen Hinweis darauf erhalten haben, dass es sich hier um unzulässige Inhalte handelt. Der zweite, alle unsere Inhalte sind urheberrechtlich oder markenrechtlich geschützt. Machen Sie sich da bitte bewusst, Urheberrechte und Markenrechte bestehen qua Gesetz oder eben nicht. Daran können Sie durch eine einseitige Erklärung nichts ändern. Und es kann eben gefährlich werden, wenn eben doch nicht alle Fotos auf Ihrer Website von Ihnen stammen. Dann sind Sie ganz schnell dabei, sich eine Urheberrechtsstellung anzumaßen, die Sie tatsächlich gar nicht innehaben. Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt. Ich kann gut nachvollziehen, dass man sich das so wünscht. Dass man eben nicht erst den Anwalt auf den Hals gehetzt bekommt, der dann seine Gebühren geltend macht, sondern dass man sich doch wünscht, dass der Wettbewerber erst mal freundlich auf einen zukommt und einen darauf hinbeißt, dass man hier etwas falsch macht. Diese Klausel ist unwirksam. Und schlimmer noch, es gab einen Fall vor dem OLG Düsseldorf. Da hatte also ein Online-Händler eine solche Klausel auf seiner Website, hat einen Wettbewerber abgemahnt und wollte dann seine Abmahnkosten ersetzt bekommen. Und das hat das OLG Düsseldorf verneint mit dem Hinweis, wer also eine solche Klausel auf seiner Website hat, der müsse sich auch selbst so verhalten. Und dann die Abmahnkosten erstattet zu verlangen, Verstoße gegen den Grundsatz von treuem Glauben. Der ist also da leer ausgegangen und auf seinen Kosten sitzen. Wenn Sie versuchen zu sagen, ich übernehme keine Garantie für was auch immer auf meiner Website, dann ist auch das unwirksam und gegebenenfalls abmahnfähig, weil man Ihnen unterstellen wird, dass Sie da versuchen, sich aus Ihrer Gewährleistungspflicht zu holen. Lassen Sie das also bitte auch. Der letzte Satz, den ich hier abgedruckt habe, ist ein Klassiker, der auf ein sehr missverstandenes OLG Hamburg-Urteil zurückzuführen ist, wo gesagt wird, also ich verlinke zwar hier, aber ich mache mir die Inhalte, auf die ich verlinke, ausdrücklich nicht zu eigen. Genau, andersrum wird ein Schuh draus, ja, also machen Sie sich bewusst, es kommt immer darauf an, ob Sie sich etwas zu eigen machen oder nicht. Und ob Sie dann in einem allgemeinen Disclaimer erklären, dass Sie dafür haften wollen oder dass Sie sich Dinge zu eigen machen wollen oder nicht, hat darauf überhaupt keinen Einfluss. Zu eigen machen, vielleicht ganz kurz, ja, das ist immer eine Einzelfallabwägung, mit Sicherheit, wenn Sie sagen, das ist genau meine Meinung oder der Fall, auf den dieses Urteil, auf das ich eben zu sprechen kam, zurückzuführen war, war eine Sammlung von Beleidigungen. Ja, also wenn Sie da gezielt sammeln, dann ist es sicherlich auch ein zu eigen machen. Im Grunde immer, wenn sich die verlinkten Inhalte als Ergänzung Ihres eigenen Angebots darstellen. Also da können Sie eigentlich nur auf der sicheren Seite sein, wenn Sie zweifelsfrei erkennen lassen, dass die Links nur als weiterführender Hinweis gedacht sind. Es gibt sicherlich Einzelfälle, wo allgemeine Disclaimer sinnvoll sein können. Ich gehe aber davon aus, dass es wirklich sehr vereinzelt ist und dann muss es eben auch an der jeweiligen Stelle sein und dann kann es immer nur unterstützend zu Ihrem Verhalten in Ihrem Webshop sein. Nächster Punkt, Preisangaben und Versandkosten. Als Online-Händler wissen Sie das alle. Sie müssen in Ihrem Shop bei der Angabe von Preisen so einiges beachten. Ich möchte hier einfach mal die wichtigsten Dinge zusammenfassen und versuchen, so ein bisschen Überblick zu gewähren. Dann maßgeblich für Ihre Pflichten sind die Preisangabenverordnung und die OBP-Richtlinie. Man kann sagen, dass all diesen Vorschriften zugrunde liegt das Ziel der Preisklarheit und Preiswahrheit. Also der Kunde soll in die Lage versetzt werden, aufgrund ihrer Preisangaben ihre Produkte mit anderen Anbietern zu vergleichen und dann eben seine Entscheidung zu treffen. Sie wissen das alle. Wenn Sie Werbung mit Preisen machen, wenn Sie ein Angebot gegenüber privaten Letztverbrauchern in Ihrem Online-Shop haben, müssen Sie Gesamtpreise angeben. Das heißt, alle Steuern, Gebühren, Zuschläge, die dazukommen. Sie wissen auch, Angebot und Werbung werden von der Rechtsprechung unheimlich weit gefasst. Also sind im Angebot im Grunde schon drin, sobald der Kunde im Hinblick auf bestimmte Waren angesprochen wird. Also wenn Sie eine Warenpräsentation haben in Ihrem Online-Shop und der Kunde hat eine unmittelbare Bestellmöglichkeit, dann fallen Sie da schon drunter. Wenn Sie Waren in Fertigpackungen, offenen Packungen oder Verkaufseinheiten ohne Umhüllung, das heißt immer unter Angabe von Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche verkaufen, dann müssen Sie noch die Grundpreise angeben, also den Preis je Mengeneinheit ist in der Regel Kilo, Liter, Meter, das kennen Sie alles. Wenn Sie kleine Parfumfläschchen verkaufen, also üblicherweise ein Nenngewicht oder Nennvolumen unterhalb, 50 Gramm oder Milliliter haben, dann können Sie die Mengeneinheit natürlich auch reduzieren und auf 100 Gramm oder 100 Milliliter angeben. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen hier zu den Grundpreisen. Auch das dient dazu, dem Verbraucher eine Vergleichsmöglichkeit zu geben. Wichtig ist, dass Sie den Grundpreis in unmittelbarer Nähe zum Endpreis angeben. Also Gesamtpreis und Grundpreis sollen auf einen Blick erkennbar sein und seien Sie sich auch hier bewusst, aber das wissen Sie in der Regel alle, Verstoß ist abmahnfähig und kann dann einfach teuer werden. Ein kleiner Hinweis noch, weil es auch in letzter Zeit doch mal wieder gefragt wurde. Sie dürfen grundsätzlich natürlich ab oder von bis Preise angeben, solange Sie für bestimmte Waren Gattung werben. Also Klassiker sind die Übersichtsseiten, die Sie haben auf Ihrer Website. Also wenn Sie Hosen, Jacken und Schuhe verkaufen, dann können Sie natürlich sagen, Hosen ab 150 Euro, Jacken ab 200 Euro. Also sobald sich das Angebot aber auf konkrete Waren bezieht, muss der konkrete Gesamtpreis angegeben werden. Und natürlich, circa Preise sind nach wie vor unzulässig. Da hat sich auch nichts dran geändert. Im Fernabsatzrecht müssen Sie zudem darüber informieren, ob die Mehrwertsteuer enthalten ist und ob weitere Liefer-, Versandkosten oder sonstige Kosten anfallen. Weil die Frage auch gelegentlich kommt von Mandanten, die Mehrwertsteuer muss angegeben werden, spätestens wenn es dem Verbraucher möglich ist, die Ware in den Warenkorb zu legen. Also wir haben eben über diese Übersichtsseiten oder Startseiten gesprochen. Da ist es noch nicht erforderlich. Der Hinweis muss dann aber auf einer nachgeordneten Seite kommen, die der Kunde zwingend durchläuft. Die Höhe der Mehrwertsteuer müssen Sie nicht angeben. Das kann aber durchaus sinnvoll sein, wenn Sie in Ihrem Shop unterschiedliche Mehrwertsteuersätze haben. Zwingend vorgesehen ist es aber wie gesagt nicht. Versandkosten, auch das wissen Sie im Zweifel, sind im Fernabsatz zwingend anzugeben, sofern Sie vernünftigerweise im Voraus zu berechnen sind. Da unterscheiden Sie einmal zwischen, ich sage jetzt mal, der allgemeinen Information über Ihre Versandkosten. Die müssen spätestens gegeben werden, bevor der Kunde die Ware in den Warenkorb legen kann. Um bei dem Beispiel der Übersichtsseite zu bleiben, wenn es eine reine Übersichtsseite ist, dann müssen Sie da noch nicht drauf hinweisen. Wenn Sie so einen kleinen schönen Button auf der Übersichtsseite schon haben, wo der Warenkorb abgebildet ist und der Kunde tatsächlich sagen kann, ach, das hätte ich gerne an meinem Warenkorb, dann muss da ein Hinweis erfolgen. Erfolgen durchgesetzt hat sich, als ist es üblich und inzwischen anerkannt, entweder zu verlinken, zu sagen, zuzüglich Versandkosten oder ein Sternchenhinweis zu geben. Wenn Sie dort die konkreten Versandkosten noch nicht angeben können, dann ist es ausreichend, die Berechnungsgrundlage anzugeben, also zum Beispiel in Form einer übersichtlichen Tabelle, dass der Kunde das auf einen Blick wirklich sich selber zusammensuchen kann, was da dann anfällt. Die konkrete Höhe der Liefer- und Versandkosten muss spätestens vor Bestellung abgegeben werden. Es gibt ein BGH-Urteil, wo der BGH gesagt hat, es sei ausreichend, wenn eben beim konkreten Preis eine übersichtliche Darstellung verlinkt wäre und die tatsächliche Höhe im Warenkorb erfolgt. Nun ist es ja so, dass die konkrete Höhe häufig von verschiedenen Faktoren abhängt, also sei es nun Umfang der Gesamtbestellung, Art der ausgehten Waren und so weiter. Und die herrschende Meinung geht inzwischen davon aus, dass der BGH sich auch nicht auf den Warenkorb festlegen wollte, sondern einfach sagen wollte, das muss im Rahmen des Bestellprozesses angegeben werden, also spätestens eben bevor der Kunde seine Bestellung absendet. Ein Hinweis noch, wenn Sie Ihren Kunden Gutes tun und keine Versandkosten verlangen, dann geben Sie auch das an. Produktbeschreibung und Abbildung. Ganz grundsätzlich machen Sie das so transparent, umfassend und wahr wie möglich. Der BGH hat auch hier entschieden, dass Bilder und textliche Beschreibungen durchaus verbindlich sein können, wenn der Kunde auf bestimmte Eigenschaften vertraut hat. Also in dem Fall ging es um einen Online-Händler, der ein Auto verkauft hat. Auf dem Foto zu diesem Angebot war ein Auto mit Standheizung angezeigt oder abgebildet, welche der Händler dann später ausgebaut hat. Und der BGH hat tatsächlich gesagt, also der Kaufvertrag ist mit dieser Beschaffenheitsvereinbarung geschlossen worden. Und die Lieferung ohne diese Standheizung stellt Mangel dar, sodass der Kläger Anspruch auf Nacherfüllung, also auf Wiedereinbau bzw. Erstattung der Kosten für Erwerb und Einbau einer gleichwertigen Heizung hatte. Ja, und da müssen Sie also wirklich einfach sorgfältig vorgehen. Bei Fotos heißt es, verwenden Sie wirklich nur das Bild, das das zu verkaufende Produkt abbildet. Nehmen Sie keine ähnlichen Produkte, ja, also seien Sie da möglichst nah dran am Original. Versuchen Sie Ihre Produktbilder so zu gestalten, dass da keine anderen Produkte mit drauf sind, die Sie nicht mitverkaufen wollen. Oder gestalten Sie es zumindest so, dass wirklich eindeutig erkennbar ist, worauf sich das Verkaufsangebot bezieht. Und stellen Sie vor allem sicher, dass Sie nur Bilder verwenden, an denen Sie auch die entsprechenden Rechte haben. Ja, also sollte selbstverständlich sein, klauen Sie nicht beim Wettbewerber, auch wenn der ganz tolle Fotos hat. Und auch wenn Sie sich selber Fotos professionell erstellen lassen, stellen Sie sicher, dass Sie auch die Nutzungsrechte an der Online-Nutzung haben. Das ist nicht selbstverständlich. Bei der Produktbeschreibung, das ist immer schwierig, da allgemein Dinge zu sagen. Also Sie sind vom Gesetz verpflichtet, die wesentlichen Eigenschaften zu nennen. Was das genau ist, das kommt immer auf das konkrete und individuelle Produkt an. Ich kann da nur raten, versetzen Sie sich in die Lage des Kunden. Was braucht er für Informationen? Welche Informationen sind maßgeblich, damit er seine Kaufentscheidungen treffen kann? Und auch da so detailliert und übersichtlich wie möglich. Ich habe Ihnen hier nochmal ein paar spezialgesetzliche Anforderungen beispielhaft aufgeführt. Ja, das wissen Sie aber, wenn Sie bestimmte Produkte verkaufen, und dann kann sich aus den Spezialgesetzen noch weitere Informationspflichten ergeben, die Sie dann gegebenenfalls zu beachten haben. Lieferzeitangabe ist eigentlich auch ein Klassiker. Stellen Sie da trotzdem sicher, dass Sie die richtig darstellen. Nein, also der Kunde soll wissen, wann er mit der Ware rechnen kann. Das soll er möglichst wissen, bevor er seine Vertragserklärung absendet. Ja, also entweder im Rahmen des elektronischen Bestellprozesses, spätestens aber vor Einlegen der Ware in den virtuellen Warenkorb. Wie haben Sie das zu machen? Sie müssen natürlich kein konkretes Datum abgeben oder angeben. Die Rechtsprechung hat da aber inzwischen alle möglichen Varianten, ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele mal aufgeführt, durchexerziert, was Sie da angeben können und was nicht. Achten Sie darauf, dass Sie keine zu langen Zeitspannen angeben und verlassen Sie sich nicht auf Angaben, wie in der Regel regelmäßig voraussichtlich. Das ist einfach nicht bestimmt genug. Allgemeine Geschäftsbedingungen, also alleine darüber könnte man, glaube ich, mehrstündige Seminare abhalten. Das wollen wir natürlich nicht machen. Ich möchte es nur einmal kurz ansprechen, um Sie so ein bisschen zu sensibilisieren, auch dafür wirklich da die Rechtsprechung, die Entwicklung ein bisschen im Blick zu haben. Ich möchte da auf zwei Beispiele gleich noch eingehen. Vielleicht trotzdem ganz kurz, nochmal so als Einführung. Sie wissen, an allgemeine Geschäftsbedingungen werden erhöhte Anforderungen gestellt, einfach weil sich da ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Händler und Verbraucher einstellt, weil Sie die Bedingungen natürlich einseitig vorgeben. Sie wissen auch, es gibt keine Pflicht, AGB zu verwenden, aber dass sich das durchgesetzt hat, liegt einfach daran, dass es hilfreich ist, um eben doch bestimmte Vereinbarungen zu treffen, die Haftung zulässigerweise zu beschränken, auch gewisse Informationspflichten schon zu erfüllen. Eine Sache noch, die uns doch immer wieder aufgefallen ist jetzt, beachten Sie gegebenenfalls, wenn Sie sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich tätig sind, dass gegebenenfalls geringere Anforderungen an allgemeine Geschäftsbedingungen Geschäftsbedingungen an Unternehmer gestellt werden. Das kann also durchaus hilfreich sein, innerhalb der AGB zu unterscheiden. Was Sie alle wissen, das muss ich nicht ausführlich nochmal besprechen, damit Ihre AGB überhaupt Teil des Vertrages werden, müssen Sie natürlich ausdrücklich darauf hinweisen bei Vertragsschluss, da ist üblich und ausreichend, dass Sie eben auf die AGB verlinken, sobald es in unmittelbarer Nähe zum Bestellbutton geschieht und der Kunde muss die Möglichkeit haben, in zumutbarer Weise vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen. Wenn Sie da nicht erstmal eine Linkkette bereithalten, ist es in der Regel in Ordnung. Der BGH hat auch relativ klar gesagt, dass es ausreichend ist, eine stillschweigende Einwilligung oder Zustimmung einzuholen, wenn eben die AGB gut sichtbar auf der Bestellübersichtsseite verlinkt sind. Es ist nicht zwingend erforderlich, Checkbox bereitzuhalten. Es ist aber auch nicht schädlich. Es kann durchaus auch sinnvoll sein, zu Zwecken der Beweissicherung. Vorsichtig sollten Sie sein bei der Zustimmung, die Sie da fingieren. Auch das ist ja im Grunde schon eine AGB-Klausel und es wäre doch sehr schade, dass es unzulässig ist, denn das hätte zur Folge, dass eben die AGB nicht wirksam mit einbezogen werden. Verzichten Sie also da auf irgendwelche Fiktionen, so wie ich Ihnen das hier als Beispiel aufgeführt habe. Ja, ich habe die AGB gelesen und verstanden. Da geht die Rechtsprechung tatsächlich davon aus, dass es eine unzulässige Beweislastverlagerung auf Ihren Kunden ist. Also machen Sie einfach, machen es kurz und knackig. Mit der Geltung der AGB bin ich einverstanden. Und dann sind Sie da auf der sicheren Seite. Ich habe gesagt, ich will nochmal auf zwei Beispiele eingehen. Das sind zwei aktuelle Beispiele, die uns jetzt gerade beschäftigen. Also einmal zur Rechtsfallklausel. Es ist ja so, dass Online-Händler, die EU-weit verkaufen, auch das Verbraucherschutzrecht aller Mitgliedstaaten beachten müssen. Trotz aller Beschreibungen kann man meiner Ansicht nach nicht davon sprechen, dass wir ein einheitliches Verbraucherschutzniveau oder Verbraucherschutzregeln in Europa haben. Das EuGH-Urteil bezog sich hier, anders als ich das abgebildet hatte, natürlich nicht auf deutsches Recht, sondern es ging da um eine Klausel, die das luxemburgische Recht als Recht vereinbart hat. Nichtsdestotrotz ist es grundsätzlich so, dass natürlich Vereinbarungen zur Rechtswahl getroffen werden dürfen. Sie dürfen damit aber nicht die Verbraucherschutzrechte des Aufteilsstaates Ihres Kunden untergraben. So der EuGH. Das ist sehr schwierig, das Recht sicher umzusetzen. Ich habe Ihnen hier mal eine Möglichkeit mit aufgeführt. Das ist natürlich nicht gerichtlich bestätigt. Es ist schon auch die Frage, ob das nun hinreichend transparent ist. Wenn man eben sagt, es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, zwingende Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem sie sich gewöhnlich aufhalten bleiben, von der Rechtswahl unberührt. Es sprechen aber gute Argumente dafür. So hat der Generalanwalt des EuGH sich geäußert und gesagt, der Händler müsste eine Formulierung wählen, aus der eben unmissverständlich hervorgeht, dass der Schutz der zwingenden Rechtsvorschriften des Wohnsitzstaates des Verbrauchers unberührt bleiben. Das tut diese Klausel. Deswegen denke ich, sprechen da gute Argumente dafür. Seien Sie aber da wirklich sorgfältig und lassen Sie sich da gegebenenfalls auch noch mal beraten. Die zweite Klausel, auf die ich Sie hinweisen möchte, geht zurück auf eine Neufassung, die zum 1.10. dieses Jahres, also knapp zwei Wochen in Kraft tritt. Und zwar soll der § 309 Nr. 13 BGB neu gefasst werden. Da geht es um die Form von Anzeigen und Erklärungen Ihres Kunden, also wie der zum Beispiel seine Kündigung erklären kann. Bisher ist es so, dass als strengste Form die Schriftform vereinbart werden darf. Schriftform bedeutet Unterschrift des Kunden. Neu ist nun, dass das nur noch für notariell beurkundete Verträge vereinbart werden darf. Und im Übrigen, das heißt für Sie als Online-Händler, als strengste Form nur noch die Textform vorgeschrieben werden darf. Textform heißt, es ist keine eigenhändige Unterschrift mehr erforderlich, sondern die Erklärung kann auch, ich sage mal, per Fax oder per E-Mail oder per SMS erklärt werden, sofern der Absender oder der Erklärende deutlich erkennbar ist. Jetzt kriegen Sie keine Panik. Das gilt erstmal nur für alle Verträge, die nach dem 30.09. entstehen. Sie haben also noch genug Zeit, das anzupassen. Wenn Sie anderslautende Klauseln haben, dann sind die ab dem 1.10. aber unwirksam. Und da sollten Sie auf jeden Fall ran und die dann gegebenenfalls anpassen. Widerrufsrecht, ich habe jetzt auch die Widerrufsbelehrung nochmal mit drauf. Da will ich auch nicht zu vertieft einsteigen. Sie wissen es alle, ja, zu Ihren Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht qua Gesetz zu. Das können Sie auch nicht abbedingen. Vielleicht der Hinweis gegenüber Unternehmern, also im B2B-Bereich gilt es nur, wenn es entsprechend vereinbart wird. Also da vielleicht auch nochmal in die AGB gucken. Sie können da zwischen Verbrauchern und Unternehmern durchaus unterscheiden. Es sei denn natürlich, Sie möchten das auch unter Ihren Unternehmerkunden einreichen. Einer der größten Fehler, die im Rahmen der Widerrufsbelehrung, also der Informationspflicht über das Widerrufsrecht passieren, ist, wenn Sie vom gesetzlichen Muster abweichen. Sie wissen alle, es gibt eine Musterwiderrufsbelehrung. Sie sind nicht verpflichtet, die zu verwenden. Wenn Sie es tun, entfaltet sich aber eine Privilegierungswirkung. Das heißt, es wird fingiert, dass Sie die gesetzlichen Vorgaben eingehalten haben. Wenn Sie das Muster ändern, wenn Sie Einfügungen vornehmen, Dinge rausstreichen, dann ist Ihre Belehrung richtig überprüfbar. Nun ist es manchmal schwierig, weil auch die Gestaltungshinweise nicht besonders eindeutig sind. Also ich habe hier mal das Beispiel von einheitlichen Bestellungen oder von Teillieferungen Ihnen aufgeführt, weil wir doch öfter die Frage haben, naja, wenn mein Kunde eine Hose, eine Jacke und eine Kamera bestellt, wie muss ich den eigentlich belehren, ja, also wenn die Produkte eben nicht in einem Paket ankommen. Das ist gar nicht so einfach. Sie haben da drei verschiedene Möglichkeiten. Ich tendiere dazu, die zweite zu nehmen. Ja, nochmal ganz kurz, vielleicht einheitliche Bestellung. Diese Selbstbegründung sagt, das ist nicht der Fall, wenn kein erkennbarer Zusammenhang zwischen den bestellten Waren herrscht. Also das finde ich sehr schwierig, ja, bei meinem Beispiel mit der Jacke, der Hose und der Kamera. Naja, Jacke und Hose, da kann schon ein erkennbarer Zusammenhang bestehen, wenn es ein Outfit sein soll bei der Kamera. Naja, wissen Sie denn als Händler, ob diese Kamera dazu genutzt werden soll, Fotos zu machen von einer Person in diesen Klamotten? Also wo ist da die Abgrenzung? Das halte ich für sehr schwer. Ja, deswegen empfehlen wir oder empfehle ich, die zweite Variante, also die letzte Ware zu nehmen, weil Sie da im Grunde alle drei Varianten mit abgebildet haben. Ja, also auch wenn der Kunde nur ein Produkt kauft, ist es ja trotzdem die letzte Ware und Sie wissen eben vorher nicht, wie der Kunde bestellt und in wie vielen Lieferungen Sie das gegebenenfalls liefern müssen. Ich halte diese Abweichung in Anführungsstrichen dann auch für unerheblich. Es gab eine Entscheidung des Landgerichts Heidelbergs, da ging es um Änderungen, die waren eben auch, also eine erläuternde Fußquote war da mit drin, statt uns stand an irgendeiner Stelle dann der Name des Unternehmers, obwohl es dann nicht gefordert war. Und da hat das Landgericht gesagt, naja, also inhaltlich belanglose Änderungen, die sollen keine Auswirkungen auf die Privilegierungswirkung haben. Schwierig ist natürlich die Abgrenzung, ja, bis wohin ist es belanglos, wann ist es erheblich, da müssen Sie einfach wirklich vorsichtig sein. Und im Zweifel, auch wenn es sich sperrig liest und der Verbraucher im Zweifel nicht weiß, was Sie damit meinen, im Zweifel ziehen Sie sich auf die Musterwiderrufsbelehrung zurück. Nur ein kurzer Hinweis, das wissen Sie aber auch alle, Sie haben darüber hinaus die Pflicht, über das Musterwiderrufsformular zu informieren und da haben Sie tatsächlich auch die Pflicht, genau das zu verwenden. Der Kunde kann, muss es aber nicht verwenden. Aber dazu nur am Rande, das ist, denke ich, kein wesentlicher Punkt. Datenschutzerklärung. Das ist natürlich nichts, was ausschließlich für Online-Shops gilt, ist aber auf jeden Fall ein Punkt, den Sie als Online-Shop-Händler auf Ihrer Liste haben sollten und wo Sie wirklich auch sorgfältig sein sollten. Warum sollten Sie das sein? Weil Ihnen inzwischen auch bei Verstößen gegen das Datenschutzrecht wettbewerbsrechtliche Abmahnungen drohen. Also es gibt ein aktuelles Urteil des OLG Köln aus März. Da hatten sich zwei Steuerberatungsbüros gestritten. Das eine hatte ein hübsches Kontaktformular auf seiner Website, ohne dort oder auch an anderer Stelle auf eine Datenschutzerklärung zu verlinken. Die wurden abgemahnt. Und das OLG Köln hat gesagt, ja, das ist ein abmahnfähiger Wettbewerbsverstoß, weil man tatsächlich davon ausgehen kann, dass ohne diese Datenschutzerklärung sich gegebenenfalls mehr Kunden eintragen. Und das Kontaktformular dient ohne Zweifel dazu, Kontakte und Kunden zu akquirieren. Das ist also eine wettbewerbsrechtliche Handlung. Und dadurch habe sich das Steuerbüro einen wettbewerbsrechtlichen Vorteil erlangt. Und das eben auf unzulässige Weise. Ja, ähnliche Entscheidungen gab es vorher auch schon. Also das OLG Hamburg hatte entschieden, dass Informationspflichten aus § 13 TMG Markthaltensvorschriften sind und Verstöße dagegen somit unzulässige Wettbewerbshandlungen. Auch weil sie gesagt haben, dass das Datenschutzrecht eben nicht nur dem Schutz der Daten und den Betroffenen dienen soll, sondern auch gleiche Wettbewerbsbedingungen schützt. Deshalb sollten Sie da auf jeden Fall sorgfältig sein. Sie wissen, Sie müssen über jede Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten informieren. Ich habe Ihnen hier so die sechs aus meiner Sicht größten Fallstricke aufgezeigt. Natürlich immer, wenn Sie unvollständig informieren. Sie müssen wirklich über alle Daten, die Sie erheben, informieren, was Sie damit vorhaben. Sie müssen das in verständlicher Sprache tun. Ja, der Nutzer muss wirklich verstehen, was Sie da sagen. Sie müssen darüber informieren, ob eine Übermittlung an Dritte stattfindet, dass der Nutzer ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Korrektur und Löschung hat. Seien Sie auch sorgfältig bei der Information über Tracking-Tools. Ja, also ich meine, Google Analytics ist ein alter Hut, aber da haben sich die Datenschutzbehörden sehr ausführlich zu ausgelassen, wie Sie darüber informieren müssen und was für Vorkehrungen Sie da treffen müssen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Tracking-Tools. Und bitte machen Sie sich bewusst die Datenschutzerklärung. Damit erfüllen Sie Ihre datenschutzrechtlichen Informationspflichten. Sie können über die Datenschutzerklärung keine Einwilligung, keine datenschutzrechtliche Einwilligung einholen. Ich denke im Übrigen, die Klassiker, das wissen Sie alles. Ja, also da braucht man gar nicht mehr viel zu sagen, aber gehen Sie da auch wirklich durch, gerade wenn Sie Änderungen an Ihrer Website vornehmen, dass Sie sichergestellt haben, dass das in der Datenschutzerklärung seinen Widerhalt findet. E-Mail-Marketing ist ein Thema, auch über das könnte man oder kann man eigene stundenlange Seminare halten. Mein Kollege Martin Schimbacher macht das sehr gerne und sehr unterhaltsam und sehr gut. Da möchte ich ihm überhaupt keine Konkurrenz machen. Auch da will ich einfach nur auf so ein, zwei Dinge nochmal eingehen. Sie wissen alle, dass Sie eine ausdrücklich Einwilligung in Werbung brauchen. Ja, in der Regel empfehlen wir das wirklich per Checkbox zu machen. Und das Double-App-In-Verfahren zu verwenden. Ich habe, wo wir schon von meinem Kollegen Martin Schimbacher sprechen, eben hier mal eine kleine Übersicht geklaut, ohne den Urheberrechtsvermerk anzubringen. Im Übrigen, einfach weil ich sie so schön und so logisch finde, da haben Sie einfach nochmal die Übersicht, wann brauchen Sie eigentlich was für eine Einwilligung beziehungsweise wann dürfen Sie in welcher Form Werbung versenden. Ja, wenn Sie eine ausdrückliche Einwilligung haben, dann sind Ihnen da kaum Grenzen gesetzt, dann können Sie Ihre Werbung per Post, Telefon, Fax und E-Mail versenden. Bei einer mutmaßlichen Einwilligung ist das schon sehr viel schwieriger. Da ist es nur per Post und im B2B-Bereich per Telefon möglich. Bei Bestandskunden per Post werden häufiger gefragt, naja, aber per E-Mail an Bestandskunden kann ich doch Werbung schicken. Ja, es gibt da die Ausnahme in § 7 Absatz 3, glaube ich, UWG. Die Voraussetzungen werden aber sehr, sehr eng ausgelegt. Also Sie brauchen erstmal eine Erhebung im Zusammenhang mit dem Produktkauf. Das heißt, der Kunde muss bei Ihnen schon was gekauft haben und im Zeitpunkt der Werbung darf der Kauf auch nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. Vor allem aber dürfen Sie dann nur Werbung für ähnliche Produkte versenden und ähnliche Produkte ist sehr eng auszulegen. Also das dürfen nur eigene Produkte sein und bei diesem Merkmal der Ähnlichkeit geht die Rechtsprechung davon aus, dass das in Übereinstimmung mit dem typischen Verwendungszweck und dem Bedarf des Kunden stehen muss. Und ich sage mal so, im Zweifel ist es nicht ähnlich. Ja, darüber hinaus, klar, darf kein Widerspruch des Bestandskunden vorliegen und Sie müssen ihn sowohl bei Erhebung der E-Mail-Adresse als auch bei jeder weiteren Verwendung auf sein Widerspruchsrecht hinweisen. Das ist also sehr, sehr eng gefasst. Im Übrigen, und das wissen Sie alle, das machen Sie auch nicht, wenn es erkennbar nicht erwünscht ist oder Sie keine Äußerung haben, dann versenden Sie natürlich keine E-Mails. Was ich mir rausgreifen wollte als Thema ist E-Mail-Werbung an Kaufabbrecher. Das ist natürlich sehr effektiv, ja. Also wenn Sie Waren in den Waren, wenn wir Ihre Kunden natürlich Waren in den virtuellen Warenkorb legen, den Kaufvorgang aber nicht abschließen, diese nochmal per E-Mail anzusprechen. Vielleicht haben Sie über Ihre Tracking-Tools tatsächlich auch eine Vermutung. Ja, also der Kunde hat den Kauf abgebrochen, nachdem ihm die Versandkosten angeboten werden oder angezeigt werden. Dann bieten Sie vielleicht in der E-Mail an, hier, du hast dir doch gerade die Turnschuhe angeguckt, einmalige Aktionen, wir bieten die an, du kriegst die ohne Versandkosten. Das ist zwar ein schönes Tool, das ist rechtlich, aber durchaus problematisch. Denn zum einen, diese E-Mail-Kaufabbrecher ist Werbung, dafür brauchen Sie eine Einwilligung, die haben Sie in der Regel nicht, gerade wenn es um einen Kunden geht, der eben zum ersten Mal da in ihrem Shop ist und den Kauf abbricht. Und dazu kommt noch, dass Sie auch eine datenschutzrechtliche Einwilligung brauchen, weil Sie ja das Nutzerverhalten im Shop aufzeichnen und auswerten und zu Werbezwecken nutzen. Ja, und auch für diese Formen des Trackings bräuchten Sie eine Einwilligung. Und auch hier nochmal der Hinweis, die bloße Aufnahme in die Datenschutzerklärung genügt normalerweise nicht. Ja, darüber hinaus werden wir öfter gefragt nach verschiedenen E-Mail-Marketing-Tools. Die sind nur sehr, sehr schwierig, oder viele sind nur sehr, sehr schwierig umsetzbar. Also, ob es nun Empfehlungsmarketing ist, auch Bewertungsaufforderungen per E-Mail können Werbung sein. Man kann wohl davon ausgehen, dass Bestätigungs-E-Mails in der Regel keine Werbung sind, also zum Beispiel die Bestätigungs-E-Mail, die Sie im Rahmen des Double-out-In-Verfahrens versenden, sofern diese E-Mail tatsächlich sich auf den Inhalt bezieht und keine weitergehende Werbung hat. Es gab da zum Thema Transaktions-E-Mails eine BGH-Entscheidung, und die, ich möchte jetzt mal sagen, recht unterhaltsam war. Da hat der Kunde seinen Vertrag per E-Mail gekündigt. Was hat er bekommen? Eine Standard-Eingangsbestätigung, in der war E-Mail enthalten. Dazu hatte er keine Einwilligung gegeben. Er hat dem dann widersprochen. Also, er hat auf diese Standard-Eingangsbestätigung eine E-Mail geschickt, in der er gesagt hat, ich widerspreche der Verwendung meiner E-Mail-Adresse für Werbung. Raten Sie mal, was er bekommen hat, auf diese E-Mail hin. Richtig, eine weitere Standard-Eingangsbestätigung wieder mit Werbung. Und da sind Sie dann im unzulässigen Bereich. Und da, denke ich, liegt auch der größte Fehler, um den Kreis wieder zu schließen, im E-Mail-Marketing, wenn Sie als Online-Shop, als Shop-Betreiber keinen vernünftigen Prozess bei Abmeldung haben. Sie müssen gegebenenfalls dann eben in den Transaktions-E-Mails unterscheiden, zwischen der Art von E-Mail, die da eingeht. Wo wir schon bei irreführender Werbung sind, auch hier gibt es viele Themen, die man besprechen könnte. Ich möchte mich auf eins beschränken, das auch immer wieder mal aufpoppt, das Thema befristete Rabatte. Von Rabatten spricht man grundsätzlich immer bei Preisnachlässen vom angekündigten oder allgemein geforderten Preis. Ganz allgemein gesprochen, ich habe Ihnen hier ein paar Angaben, die Sie auf jeden Fall machen müssen. Der Preisnachlass muss transparent sein. Also der Kunde muss klar erkennbar, für den Kunden muss klar erkennbar sein, wer unter welchen Bedingungen welchen Preis erhält. Ja, und das muss auch tatsächlich bei Werbung erfolgen. Das muss der Kunde direkt sehen. Sie müssen die Höhe des Rabatts oder den Preis des einzelnen Produkts natürlich nicht anpassen. Sie können auch sagen, 15% auf das gesamte Sortiment und der Abzug erfolgt dann eben im Warenkorb. Aber bei der Werbung muss es klar sein. So ein paar Dinge, ich habe Ihnen das hier unten, so drei Sachen, wo Sie einfach ein bisschen vorsichtig sein müssen bei der Ausgestaltung. Ich mache es, glaube ich, mal von unten nach oben. Also sind bei der Höhe des Rabatts grundsätzlich frei. Sie müssen aber aufpassen, wenn Sie den Selbstkostenpreis unterschreiten, dass man Ihnen nicht eine Absicht unterstellen kann, damit Mitbewerber vom Markt verdrängen zu wollen. Da sind Sie dann in der verbotenen Behinderung von Mitbewerbern und das ist unzulässig. Weiterer Punkt, Höhe des Ursprungspreises. Aus der Werbung muss sich ganz klar ergeben, worauf sich der ursprüngliche Preis bezieht. Es ist ein eigener früherer Preis, es ist eine Preisempfehlung des Herstellers. Seien Sie auch ganz vorsichtig bei der Angabe von Preisen, wo Sie sich auf einen Preis beziehen, den Sie vorher hochgesetzt haben oder den Sie tatsächlich gar nicht verlangt haben. Wohnpreise nennt man es auch. Der BGH hat ganz klar gesagt, der Rabatt muss sich immer auf Preise beziehen, die der Händler auch tatsächlich und auch für eine nicht nur unangemessen kurze Zeit verlangt hat. Also ich nenne keinen Namen, aber es war einmal ein Baumarkt, der warb mit dem Slogan 20% auf alles ausgenommen Tiernahrung. Das ist soweit in Ordnung. Dieser Baumarkt hatte nur zu Beginn der Aktion, ich glaube eine Woche vor Start der Rabattaktion, nochmal die Preise erhöht. Und da hat der BGH gesagt, also das ist nicht ausreichend. Und noch ein weiterer Rechenweis, Sie sind da in der Beweislast. Sie müssen beweisen, im Zweifel, dass Sie diesen Preis tatsächlich verlangt haben und eben auch nicht nur für unangemessen kurze Zeit. Vielleicht noch einmal zur Verlängerung von Rabattaktionen. Das ist nicht zwingend unzulässig, aber auch insofern schwierig, als das entscheidend ist aus Sicht des BGHs, wann der Unternehmer den Entschluss zur Verlängerung gefasst hat. Also wenn Sie die Werbung schalten und da schon klar war, dass Sie die Preise verlängern würden, dann ist es unzulässig. Wenn Sie das aufgrund von Umständen verlängern, die sich erst nach Erscheinen der Werbung ergeben, dann müssen Sie sich daran messen lassen, ob das zum Zeitpunkt der Werbung schon voraussehbar war. Im Übrigen haben Sie sonst keine gesetzliche Mindestdauer von Rabatten. Der BGH zum Beispiel im Zusammenhang mit Mediamarkt mal entschieden, dass ein Tag durchaus ausreichend sein kann. Das ist dann immer so ein bisschen Zusammenspiel aus Höhe des Rabatts, Höhe des Preises und eben Länge. Aber man wird wohl davon ausgehen müssen, dass alles, was unter einem Tag liegt, dann eben doch eine unangemessene Benachteiligung ist. So, dann sind wir schon beim letzten Punkt. Last but not least, der Checkout, also Ihre Bestellübersichtseite. Warum habe ich den Button dann auch mal mit aufgenommen? Das ist natürlich eigentlich hoffentlich ein alter Hut. Trotzdem nochmal der Hinweis, gut lesbar, zahlungsfähig bestellen oder entsprechend eindeutige Formulierung und auch den Worten nichts anderes als oder nichts anderem als wird Bedeutung beigemessen. Also, wenn Sie da vier, fünf, sechs Worte haben, das mag noch so eindeutig sein, ist unzulässig. Die Folgen sind einfach gravierend. Deswegen habe ich das nochmal mit aufgenommen. Wenn Sie den Button nicht vernünftig beschriften, dann haben Sie eben keinen wirksamen Vertragsschluss. Darüber hinaus haben Sie in der Bestellübersicht nochmal bestimmte Informationspflichten unmittelbar vor Abgabe der Bestellung, klar und verständlich hervorgehobener Weise zu machen. Dazu zwei Punkte. Einmal die Frage, naja, kann ich denn scrollen, also kann ich dem Verbraucher zuzumuten, dass er scrollen muss auf der Bestellübersichtseite? Grundsätzlich nein. Die Pflichtinformationen müssen auf einen Blick zu sehen sein. Nun werden Sie zu Recht sagen, das ist, wenn ich viele Produkte im Warenkorb habe, gar nicht möglich. Das ist richtig. Da wurde die Gesetzesbegründung insofern ergänzt, als es gesagt wurde, naja gut. Also scrollen ist dann unzulässig, wenn unterhalb der Bestellfläche und nur durch scrollen die Informationen sichtbar werden. Meine Empfehlung dazu, stellen Sie die Pflichtinformationen einfach über den Button, dann haben Sie das Problem nicht. Ich möchte nur mal einen Punkt hier rausgreifen, wesentliche Eigenschaften der Ware und Dienstleistung. Da ist nicht ganz klar, ist das eigentlich gleichzusetzen mit den Informationspflichten zu wesentlichen Eigenschaften, die Sie vorher schon haben. Oder reicht es dann auch, um auch den Warenkorbübersicht zu gestalten, das per Link zu machen? Die Gesetzesbegründung ist da recht eindeutig. Die sagen also nur der Link alleine auf die Artikelbeschreibung reicht nicht aus. Was wohl ausreicht ist, wenn Sie eine, ich sage jetzt mal wirklich zusammengedampfte Artikelbeschreibung haben und zusätzlich noch auf die Produktseite verlinken. Im Zweifel nehmen Sie aber lieber eine Information mehr drauf als zu wenig. Gut, dann bin ich schon am Ende angekommen. Ich habe Ihnen hier die Fehler, die Sie vermeiden sollten, aus meiner Sicht noch einmal aufgeführt, um Ihnen das noch mal in Erinnerung zu rufen. Sie haben gesprochen über Impressum und Disclaimer. Achten Sie darauf, dass Ihr Impressum vollständig ist, dass Sie da keine Mehrwertnummer drin haben. Ergänzen Sie den Link zur Online-Streitlegungsplattform, wenn nicht im Impressum, dann an anderer gut sichtbarer Stelle und verzichten Sie auf unzulässig Disclaimer. Preisangaben, Versandkosten ist klar, transparent an der richtigen Stelle. Seien Sie sorgfältig bei der Erstellung der Produktbeschreibung und der Abbildung. Nehmen Sie nicht zu wenig Infos. Sehen Sie zu, dass Sie an allen Fotos die erforderlichen Rechte haben. Lieferzeitangabe, hinreichend bestimmt und halten Sie es möglichst aktuell. AGB, gehen Sie die regelmäßig durch und schauen Sie, dass Sie da keine veralteten Klauseln drin haben. Jetzt aktuell, gucken Sie mal, was Sie da als Rechtswahl vereinbart haben und vor dem 1.10., ob Sie irgendwo ein Formerfordernis an die Erklärung Ihrer Nutzer haben. Widerrufsbelehrung, weichen Sie nicht ohne Notfall in der Musterwiderrufsbelehrung ab. Datenschutzerklärung, vollständig sehen Sie zu, dass wenn Sie neue Tools, neue Möglichkeiten auf Ihrer Website integrieren, dass sich das in der Datenschutzerklärung wiederfindet, dass da keine Informationen fehlen. Werbung oder Einwilligung, das wissen Sie alle, für alle Werbemaßnahmen brauchen Sie eine Einwilligung und halten Sie einen vernünftigen Prozess für Abmeldung bereit. Keiner von Ihnen will irreführend werben. Seien Sie besonders sorgfältig, wenn Sie mit Preisen werben. Und zu guter Letzt, sehen Sie zu, dass Sie die Informationspflichten im Checkout vernünftig haben, dass der Button richtig beschriftet ist und dann haben Sie so die größten Fehler, die Sie begehen könnten und nach denen auch die sogenannte Abmahnindustrie sucht, schon mal vom Tisch. und nach denen auch die sogenannte Abmahnindustrie sucht, Vielen Dank.